Nächster Halt, Gültekreuzung. Das ist auch so ein schöner Park. Schauen wir mal. Mama, du musst nicht auf den Stock drücken. Ich drücke ja eine, die hat mich nur angeholt. Achso. Nächster Halt, Bürgerstrasse. Mama, Mama. Machen. 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 Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Haugenmann. Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Wagner. Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Mozartkreuzung. Nächster Halt, Wagner. 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 Ich muss sofort eine Chance machen, ich meine, das würde mir da sagen. Ich meine, die ist vor Ort, das ist auch noch ein Schalte-Mann-Siegel. Sehr geehrte Frage, bitte. Bitte, bitte, bitte. Der Zeitwindet zwischen den Heizgeschwählen Hauptmannhof und der Landstuhlstraße und der Wiederschlossenschwählenstraße und ein Strafgang in Schiener-Nordstuhl-Klose. Der Zeitwindet zwischen den Heizgeschwählen Hauptmannhof und der Landstuhlstraße und der Wiederschlossenschwählenstraße und ein Strafgang in Schiener-Nordstuhl-Klose. Nach der Plötigkeit war das doch nicht. Ja, aber jetzt muss er kurz zu sein. Ich weiß nicht, wie die Station ist. Wie ich gehe? Ja, weil er sagt ja nichts. Soll ich vorgehen? Ja, ja. Ich habe sie gesagt, die Station heißt Biegung. Ja. Ja, der ist ja schon da vorne. Ja, passt. Ja, das ist ja nicht so weit. Du bist ja in zwei Minuten da vorne. Ja. Ja, ich bin da vorne oder so weit und so weit und so weit und so weit ist irgendwas alles. Wiederschön!